Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bauen wir einen ewigen Bonsai. Alles was wir dafür brauchen ist ein bisschen altes Audio-Kabel oder was ähnliches, einen Stein, ein bisschen altes Kunstmoos und eine Heißklebepistole. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.